Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Future. Ähm, wir waren hier grad dabei unser Haus zu bauen und das werde ich jetzt auch weiter bauen. Damit irgendwas weiter geht. Ähm, ja. So. Jetzt hätte ich 40 wieder davon. Die Frage ist, aus was soll ich diese Dinger hier machen? Hm. Ich überleg grad, ob ich das nicht aus Marble Dingens das machen soll. Soll ich irgendwo eine Schaufel vielleicht noch liegen? Ich weiß es nicht. Ja, da. So, dann hau ich das jetzt mal weg. So, dann mach ich das jetzt mal mit dem weißen. So, damit das hübsch transparent so am Boden ist. Oder so. Ich hab keine Ahnung, was ich hier grad laber. Aber egal. Gut. Ich würd mal sagen, das zieh ich dann hier auch noch 5 Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4, 5, hab ich gesagt. Wie war das? Das war aber dann auch noch mit denen. Hopp. Natürlich. Ich bin zu blöd zum Springen. Okay. Ähm. Natürlich die Erde muss ich dann halt auch noch weg tun. Tak, tak, tak. Und tak. Und nochmal weg. Sehr gut. So, ich weiß noch nicht genau wie ich das mach. Ich glaub ich zieh das dann einfach hoch nachher. Das kann ich auch jetzt machen eigentlich. Aber ich wollte eigentlich Fenster hin machen. Weil Fenster sind eigentlich schon coole Sachen. Ja, ich mach da dann Fenster hin. Aber ich kann auch jetzt Fenster hin machen. Weil Glas hab ich ja eh. Und ich mach das aber nicht mit, ähm, äh, Dingens. Mit Glas. Mit Glas halt. Ich mach das mit, mit Glasscheiben. Weil sonst ist es ja langweilig. Sonst ist es ja viel zu schnell verbraucht. Und das find ich ein bisschen uncool. Ja. Gut. Dann hau ich hier jetzt einmal Glas hin. Dann-da-da. Das geht's. Achso, da hab ich noch gar nicht gewohlt. Das heißt, ich kann das eigentlich eh gleich hochbauen. Das ist gut. Dann baue ich das zuerst hier. So. Und dann hier noch, damit mich jeder stalken kann. So. Sehr schön. Dann hab ich jetzt wunderschön viel Glas. Meine Nase tut weh. Aber egal, darum geht's jetzt nicht. Gut. Ja, das sieht aber auch lustiger aus auf der Karte bei mir. Gut. Dann zieh ich das da auch noch hoch. Machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann eins. So. Und zwei. So. Gut. Dann zieh ich das da weiter jetzt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Siebenundzwanzig. Dreiundsechzig. Ja. So zähle ich. Okay. So. Ich mach das jetzt mal nicht ganz die Länge. Weil ich hab keine Ahnung warum. Sonst wär's ja irgendwie komisch. So. Ich möchte jetzt nicht unbedingt runterfliegen. Gut. Dann hätten wir das auch geschafft. So. Dann hau ich das jetzt. Na klar. Tuck. Dann tue ich das dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. 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 Fast perfekt. Dann machen wir hier und hier. Und hier noch einen hin. Dann fehlt halt da einer. Aber ich glaub nicht, dass das so tragisch ist. Dann baue ich hier dann direkt mal wieder das Glas hin. Das ganze Ofenzeug kommt eh noch woanders hin. Das heißt, das wird nicht stören. Hier. Wenn das jetzt da so sich verbindet mit dem Glas. Also. Ja. Ist nicht so schlimm. Ich find das so blöd, wenn dann das so... Mäh. Sehr gut. So. Das wäre nicht normal. Also das wäre mal richtig cool. Also die Erde muss ich halt weg tun. Das wäre noch so gut. Ähm. Ja. Dann. Was kommt als nächstes? Ich würd mal sagen, ich hole mir da das Zeug direkt wieder. Ähm, das brauch ich. Das hau ich dann einfach direkt da so rein. Dann sind es schon fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo, sind schon fünf. Achso, das muss ich mit dem Clean-Dingens machen. Okay, das werd ich dann eh machen. Aber dann werd ich, glaub ich, hier da so das hochziehen. Aber da wollt ich eigentlich auch Fenster hin machen. So. Ich überleg grad, ob ich hier nicht, ähm, Pfingsties einfach nur ganz normales Glas nehmen soll. Nein. Ja, ist halt so. Sie darf noch wieder Sand schmelzen, ist klar. Ähm. Uh, und es geht langsam die Power aus. Das ist nicht gut. Ich muss Kohle holen. Und am besten auch was zum Essen. Hm. So. So. Kohle. Ähm. Essen. Gut. Um, 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 um. Äh, das kommt da rein. Kohle hier bitte. Viel Spaß damit. Dann nehm ich mir das wieder. Mach das zu so nem komischen Zeug. Und dann pack ich das hier hoch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann mach ich hier. Mal. So. Einmal. So. Jo. Find ich cool. Und dann mach ich das Ganze auf der anderen Seite eigentlich auch noch. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt hochkommen muss. Äh, soll. Nicht muss. Aber das werd ich eh so machen. Gut. Ja, Erde ist doch ein bisschen was Wichtiges, find ich. Ich find Erde doch vielleicht wichtig. Ich könnte mir auch ein Erdehaus bauen, aber ich glaub, das hält nichts aus. Ähm, da muss ich das auch noch wegtunen. Oh. Tick, tschack. Gut. Dann hätt ich das, da so die Seitenbände eh schon fertig. Jetzt hat sich meine Dings abgedreht. Meine, ähm, wie heißt's, weiß ich nicht mehr. Egal. Ähm. So. 17 Stück. Ich glaub, das soll hier reichen. Glaub ich. Hoffe ich. Hm. Wirklich. So, eins. Oder? Ich weiß es nicht. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, zehn Blöcke brauche ich dafür. Gut. Das heißt, noch drei. Und dann hätt ich das fertig. Okay. Hab ich eh genug. So, dann hab ich eh wieder 14 direkt. Nice. So. Dann kommt das nächste drin. Obere Teilchen hier. Und dann hab ich das so. Entschuldigung. Ach. Ach. So. Da muss jetzt Ding ins Stein ran. Ähm. Wo kann's denn... Das brauchen wir jetzt. Ah, jo. So. Das kommt dann hier so dran. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Und das auch nicht. So. Dann kommt da wieder das hier dran. So. Oh, es geht sich mit dem Glas nicht aus. Das ist irgendwie blöd. Oh, doch. Blöd. So. Sehr gut. Gut, gut, gut. Dann häng ich hier auf die Seite auch direkt noch so ein Ding ins dran. Für das Teilchen hier. Das mach ich aber mit normalem Glas. Jo. Ähm. Wo hab ich das eigentlich getan? Hatte ich nicht Sand irgendwo? Ach so. Ach so, ja. Das hab ich da so gehabt. So. Dann haben wir hier jetzt noch den Clean Basalt Dingens. Hm. Jo. So. Dann kommt das hier da noch dran und das hier da noch dran. Und hier her. Aber der Eingang gefällt mir irgendwie nicht. Ich glaub den hau ich wieder weg. Vielleicht mal was mach ich mit so nem hässlichen Eingang. Ehrlich gesagt. So. Weil ich mein mit so nem hässlichen Eingang. Nein. Das ist einfach nicht cool. Ähm. So. Wie spät ist es? 18.16 Uhr. Okay. Gut. Also wohin gehört das jetzt? Äh. Das sammle ich ein. Da gehört auch noch ein weißes hin. Das heißt das kommt weg. Bis dann kommt das da so her. Hier. Das mit der Tür mach ich dann auch noch irgendwie. Frag mich bitte nicht wie. Das heißt ich hau hier das weg und hau hier das weg. Hätt ich da so ein paar Türen. Gibt's nicht irgendwie irgendwas lustiges was man machen könnte hier? Hm. Äh. Nein. Das will ich nicht. Naja. Okay. Ich weiß nicht. Ich find den Clean Store nicht so schön. Mach das doch mal so. Und dann das so. Dann hab ich da so ne Tür und da kann ich dann halt rein und raus gehen. Ist klar. Da kann ich dann auch noch ein Passwort hinhauen. Ja. Das ist gut. Gut. Muss ich mal schauen ob mein Sun schon fertig ist. Also mein Ding ist da. Ja. Ähm. So. Ähm. So. Okay. So. Gut dann müssen wir das jetzt daher tun. Dann tue ich das daher und das daher. Ähm. Ähm. Da fehlt noch eins. Okay. Dann tue ich das da her. Das da her. Und dann noch eins hier her. Genau. So möchte ich das haben. Und bei der Seite hier dasselbe. Nur hab ich kein Glas mehr. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Gut. Okay. Naja. Ich muss überlegen. hier so ist dann ein Glas. Das heißt. Ich brauche noch mehr von dem Zeug. Okay. Ich muss das dann so weitermachen. Ich hab doch eh noch Erde hier. So ich das da her. Dann kommt da so ein Ding hin. So ich das da her. Dann kommt da so ein Ding hin. Genau so. So. Dann kommt hier das da her. Achso. Nein. Da auch nicht. Nö. Äh. Wie hab ich das da drüben gemacht? Achso. Einfach mal. Okay. Das heißt. Das kommt wieder weg. Und das da auch. Das heißt. Da kommt jetzt das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Und das dahin. So. So. Jetzt hab ich's. Sehr gut. Gut. Dann. Was ist das da auf der Seite auch noch? Dann muss ich halt das noch bauen. Ähm. Das könnte ich eh noch jetzt machen. Das geht sich sicher noch aus. Ich bin immer noch zu blöd zum Springen. So. Machen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf hab ich gesagt. Wirklich. So. Dann pack ich das da her. 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 Genau so hab ich das gern. Ähm. Dann mach ich das mal weiter nach hinten. So. Da haben wir die Tür. Da ist ein Baum. Gut. Das wird sich eigentlich so ausgehen. Gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von dem Zeug. Ne. Das wollte ich nicht. Okay. Jetzt ist runtergefallen. Egal. Auch nicht so schlimm. So. Und das Zeug da her. Oder war es ja doch das Zeug hier. Gut. Ups. Da wollte ich eigentlich nicht rein. So. Oh mein Gott. Schon wieder 17 Minuten. Alter. Wie schnell die Zeit im Kopf vergeht. Natürlich. So. Und dann kommt hier noch eins, zwei, drei, vier, 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 oder ein Fünfter kommt eigentlich noch her. Das geht so aber nicht. Doch. Das geht so. Warum sagt mir das niemand? Fünfter. Und wenn das weg ist, dann kommt da noch... Also dann kommt da jetzt ein Fünfter. So. Das find ich toll. Ja. Das gefällt mir. Mhm. Mhm. Dann. Baue ich noch Glas. Da. Ja. Warten wir noch auf das letzte. Dann bauen wir das Glas da auch noch fertig. Aber dann haue ich in der Zwischenzeit auch noch Sand in den Ofen. So. Hier. Sand. Ofen. Passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Warten wir mal so von oben. Weil dann... Ja. Passt. 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 Dann ist das hier jetzt auch fertig. Dann fehlen nur noch die anderen zwei Seiten. Das finde ich toll. Sehr toll. So. Dann müssen wir das auch nur fünf. Sind nur fünf, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier... Oder sind es doch vier? Sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Fünf. Also so. Ja. Das heißt, hier kommen noch zwei Blöcke her, wenn ich das richtig verstehe. Um... Also dann kommt da ein Block her. Dann kommt hier ein Block her. Dann kommt hier ein Block her. Dann kommt da ein Block her. Dann kommt da ein Block her. Dann kommt hier ein Block her. So. Sehr schön. Ähm... Das... Ähm... Wie hab ich das da gemacht? Okay. Also so. Geht's dann direkt mit... Nein, nicht mit denen. Mann. Geht's dann mit denen hier weiter. Und hier auch. So. Jetzt da so, so. Und da fehlt dann noch eins. Sehr schön. Dann kommt... Achso. Ich hab das Glas noch nicht gemacht. Ähä. Fuck. So. Dann kommt hier noch. Glas hin. So. So. Das ist gut. Das gefällt mir unser Haus. Ich find das richtig toll. So. Dann baue ich hier nochmal vier von hier. Davon hin. Und... Dann... Dann... Geh ich... Baue ich mich da kurz hoch. Dann mach ich das nämlich da oben schnell. Und dann beende ich die Folge. Direkt. Oh... Ja. Gut. Ähm... Wie ging das? Ich vergesse sowas immer gern. Das ist ganz normal. Dann kommt da ein Block dran. Okay. Sollte ich schaffen. Auf das zweite oder auf das erste? Auf das zweite. Oder auf das erste und zweite. Ja. Okay. Hier auch. Dann kommt hier ein Block dran. 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 Die zwei werden dann auch noch zusammengebaut. So. Und dann hätten wir das auch noch fertig. Das find ich schön. Ähm... Ich würd mal sagen... Ich hau direkt noch... Ein bisschen Sand in den Ofen. Dann... Oh... Jetzt komm ich von hier nicht mehr rein. Das ist toll. Das heißt ich darf danach in der nächsten Folge... Ähm... Erstmal meine Sache rüber verlegen. Super. Gut. Dann brät er jetzt wieder 64 Stück Holz. Äh... Stück... Dingens. Gut. Das ist jetzt 18 Uhr 26. Okay. Gut. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Und ciao!